den hätte ich gerne als ssr, ein stab wäre ganz cool das ist hier natürlich noch mal warten das ist hier Kannst du schon mal? Okay, hätten wir das auch geschafft. Was ist denn ein Boss oder sowas, oder? Ich würde gerne machen eigentlich, wenn ich das ausprobieren kann, vielleicht ist ja nicht so, dass ich das selber gewonnen habe. so einiges hier ja 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 Das war's für mich. Was sind wir schon Sogar ist ein Bosses Ist das was hier? Nee. Das war's für mich. Das war's. Das ist der Strom. Oh moin. Oh, das ist die Pflanze, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den Solo kann. Oh, das ist die Pflanze. Oh, das ist die Pflanze. Oh, der ist auch gerade nicht da. Dann ist er halt gerade nicht da, dann mache ich das mit den Joaquinen. Ich glaube, ich kann da auch umhin porten, oder? Oh, das ist die Pflanze. 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 das ist ein bisschen durchschnüffeln machen das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut ist. Untertitelung des ZDF, 2020 メリルには双子の弟がいます 名前はビクトル ある戦争で行方不明になった後 メリルはビクトルを探し続けています 警告 エナジー探知機に強力な反応 エクセキューターに緊急事態 私についてきてください 10時の方角でエナジー探知機が反応しました 前方エリアをスキャンします 敵の地雷源 メリルの意識の欠片9を発見しました 地雷源は危険です 先に探査して移動ルートを確保します 地雷源 エクセキューター エクセキューター できる限り 衛兵を避けてください エクセキューター 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 Ja. Läggling We're coming up next. But why? We're not waiting for the other one. Let's scan it again, to the first enemy. Wait, wait! Ah! Ich werde ich Ihnen sagen! Ich habe noch nicht gefunden, aber ich habe noch nicht gefunden. Ich werde es sehen. Ich sage, ich bin jetzt schon wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe die Feeler. 2 3 5 6 7 9 10 13 14 Das war's für heute. 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 Jetzt kann man die Karteckung machen. Wir müssen das Tätig machen. Die Karteckung wird nun in der Karteckung aufgeführt. Wir müssen die Karteckung, die Karteckung aufgeführt werden. Hier sind wir mit der Karteckung. Wir müssen die Karteckung aufgeführt. Wir müssen die Karteckung aufgeführt. Ich bin der Kugel, die Rezonense ist, Kugel, die Rezonense ist, Kugel, die Rezonense ist, Kugel. Ich bin der Kugel, die ich noch nie war, aber ich bin ein paar Mal. Das ist ein Schmerz. Ist hier irgendwas Neues, Terminal, geht alles gar nicht, okay. Oh, das trifft sich ja gut, ich wollte ihn nicht aufhören. Dann wird das erst mal geschafft, das schmeckt gut. Das war's für mich. Danke schön. 同様の現象は以前にもありました しかしあなたのように短時間で何度も発生した例は見たことがありません ビクトルは未だ失踪中 メリルはハガードで仕事を続けています 私もエクセキューターのファイルに記載がないか調べてみたのですが どれも同じようなことしか書いていませんでした メリルはハガードのエクセキューターではありますが 人付き合いが苦手でファイルの中身はそれほど多くありません 資料の多くは私が後で付け足したものです その点については私に補足させてください ハガードの記録にはビクトルがポラント雪原で失踪した後 メリルは仕事の合間に何度も雪原に足を運んで捜索をしていたと書いてあります そうそこでハガードはいくつかの仮説を立てた 一つはビクトルは死亡しており 遺体は変異生物が持ち去ったという説 もう一つはビクトルは生存しているが 事情があってハガードと連絡が取れないという説 そして最後が間の子に拉致されたという説 これが最も不穏で最悪な仮説ですね もちろん全て推測に過ぎません 真実はまだ矢部の中です では本題に戻りましょう 私はメリルとの間に起きた記憶の共鳴が あなたの体に及ぶ影響を懸念しています その点はご心配なく 体へのダメージは一切ありません ご心配なら 医療部門で全身の検査を受けることも可能です ご心配なら 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 ご心配なら